Sorry Leute, das geht mir alles gerade echt nahe, aber ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt. Hey Leute und willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ein bisschen ernsthafteres, traurigeres Thema. Ich weiß, das denkt man von mir vielleicht nicht, weil ich sonst auch ein lustigerer Typ bin. Ich habe auch einen gewissen Geigenhumor, ich kann auch in meiner miserablen Situation noch irgendwie einen Witz finden und das lustig sehen. Aber es geht einfach nicht mehr, es sitzt ein bisschen tief jetzt, weil ich habe doch wahrscheinlich mitbekommen, es sind jetzt seit ein paar Wochen schon keine Videos mehr gekommen. Und das ist halt, weil es im Privatleben leider nicht so rund läuft. Und ja, ich habe auch lange überlegt, ob und wie ich dieses Video überhaupt hier mache, aber ich glaube, ich bin euch das einfach schuldig. Also, wie ihr sicher wisst, YouTube reicht jetzt noch nicht zum Leben und deswegen muss ich halt auch noch immer sehr oft arbeiten gehen. Und ja, es ist jetzt nicht so die beste Arbeit. Ich habe leider nicht so eine tolle Ausbildung gemacht. Ja, deswegen arbeite ich halt in so einem Fastfood-Restaurant. Sehr lange auch, sehr viel. Arbeit ist irgendwie, ja, sehr belastend, aber ich habe leider keine Alternative. Ich kriege auch nicht so viel Geld dafür. Mit den Kollegen verstehe ich mich auch jetzt nicht so toll, aber ich schleppe mich da dann immer hin. Ich muss da auch immer zu Fuß hingehen, ist ein Stück weg und da fährt auch kein Bus. Ich könnte natürlich mit dem Auto hin, aber ja, ich schaffe leider den Führerschein nicht. Ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da nicht genug Zeit und keinen Kopf für. Ich bin da jetzt schon ein paar Mal durchgefallen. Ja, und sonst. Bei der Arbeit ist halt echt richtig scheiße. Also, ich würde am liebsten auffallen, aber es gibt leider nichts anderes in meiner Gegend. Chef ist auch ein total mieser Geizkragen, der beutet mich total aus. Kassiert Trinkgeld ein, wir wollten mal eine Gewerkschaft gründen, hat halt gesagt, ja lol, dann feuere ich euch halt. Und, ja, wie gesagt, es gibt da ja leider nicht viel anderes in der Gegend und sonst. So Freunde, Nachbarn, jetzt auch nicht so viel. Ich wohne halt mitten in der Pampa, da wohnen nicht so viele Leute. Meistens sind so langweilige Spießer. Ich habe da einen Kumpel, aber er ist ein bisschen dumm. Also, ich will ihn auch nicht beleidigen, aber er ist ein guter Kumpel. Aber so geistig, emotional sind wir nicht unbedingt auf einer Höhe. Sonst habe ich noch eine Freundin, die wohnt ein Stück weiter weg. Ich würde mir auch wünschen, dass da mehr draus wird, aber ich glaube, die sieht mich nur so als Freund. Wir machen halt manchmal so Sport zusammen. Das ist leider viel besser als ich. Das tut auch manchmal ein bisschen weh, ist halt, naja, ist Kampfsport. Und ich stecke dann die Schläge ein für sie, aber naja, eigentlich gefällt mir das auch alles nicht so sehr. Wird gerne weg von hier, aber wie denn ohne Führerschein, ohne Geld? Das ist nicht so einfach jetzt. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist halt, ich wohne in einer Ananas-ganztiefe mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents.